Was ist der Novotec-Effekt? Nehmen wir doch mal folgendes Beispiel. Würden Sie im Regenmantel duschen? Klingt komisch, oder? Aber bei vielen technischen Anwendungen passiert genau das. Man kombiniert wasserabweisendes Öl, Wachs oder Silikate mit Wasser. Dahinter steckt die Idee, gleichzeitig effektiv kühlen und schmieren zu können oder kühlen und trennen zu kombinieren oder reinigen und schützen zu wollen. Aber immer wirken die wasserabweisenden Substanzen wie ein Regenmantel und bremsen die Effektivität. Im Gegensatz dazu nutzen unsere Proteine aus der Novotec-Liquids-Familie den Novotec-Effekt. Die Proteine binden sich an unterschiedlichste Oberflächen und bilden dort stabile hydrophile Schutzfilme. Der bremsende Regenmantel fällt somit weg. Damit können viele chemische Additive wie Wachse, Öle oder Silikate durch ein biologisches, allergenfreies und hautfreundliches Protein ersetzt werden. Was Ihnen der Novotec-Effekt bringen kann, lassen Sie sich inspirieren.